echt ja hat er jetzt gerade aktualisiert jetzt können wir noch hc team deathmatch da hatte ich schon angefangen gestern da müssen wir noch acht siege holen ja dann machen wir das doch yes baby dann haben wir einmal nein der eine komische modus erzählt nicht hc abschluss bestätigt hat man noch haben andere das hat der herrte das kriegen wir 25 25 25 100 prozent wir haben schon zwei auch nicht nicht riot bitte so besser pioleps das hört sich sehr lecker an schnitzel mhm lecker schnitzel schnitzel das schönste ich habe hier unten bei mir im keller so ein hochfloor teppich meine frau merkt das glaube ich nicht wenn ich ihn einfach jetzt in yellow da rein rotze schnitzel das fällt erst auf wenn nach zwei jahren hier alles wie glasiert ist das ist ja ruhig oder ermann kommt so da runter mit schlappen bleibt der schlappen da kleben schnitzel oder ich komme runter und die kinder fahren ihren schlitzschuh pah papa was ist das ich zeig euch das wenn ihr mal groß seid müsst ihr jetzt hier weiterführen richtig wenn ihr irgendwann mal in der lage seid ein eigenes nasenkotelett zu produzieren wovon ich rede geil welchen modus spielen wir jetzt team deathmatch hardcore oh ne team deathmatch das wäre so camperscheiß ja ja sagt der richtige paddy der hat sich aber jetzt schnell hingelegt da war ja nicht mal eine animation dazwischen ne oh oh ich hab ein äh ich hab äh ein ähm okay danke fürs gespräch hast du einen abgeschossen harry? ja ein von uns nein der hat mir nicht gefallen der hatte scheiß schuhe an sie hatte nur noch schuhe an sie hatte nur noch schuhe an jetzt geh steil JETZT äh äh was macht der denn da neben die robin tanzen ach der war der war doch nicht mach alter reg mich das hier auf ey nein 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 links von die robin ja 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 hinter dir hinter mir halt jetzt aber auch mal sein können das gefällt mir hier nicht adios jaries nein pass auf an die er kommt da rein dreht sich um ja gott ich werde hier nur abgeschossen ey scheiß spiel drecks scheiß doppelabschuss das war ein akkurater dreier ein akkurater dreier hm so wir haben die kontrolle drohne oder lieber nicht zünden doch verbündete drohne über uns lass uns mal hier raus gehen und darüber diskutieren ob wir die drohne sehen sollen wir haben die führung verloren oh schnapp ha das war stark fetti hast du ja gesehen das war schlapp was hast du gemacht ich bin abgestürzt ich laufe so seitwärts so lange Zeit nicht gegangen bis er runtergefallen ist geil na ein stück ich muss ein stück ich dachte da kommt der eke links auf den backen komm reißt euch jetzt mal am riemchen hier ah ah was war das da bombe 24 31 ja da steht er schon lange rum ah ja da steht er schon lange rum erschreckt mich doch nicht so kommt der aus dem nichts hat einer eigentlich schon mal hier die story durch gespielt ne ne noch nicht durch das ist eigentlich ganz cool gemacht ich hab die ja finde ich auch ah fertig oder hast du denn noch na klar 10 na klar na klar die kann mich jetzt mal jetzt mach ich ja auch immer auf Chile mir leh ja ich erinnere dich immer der blöd man mit dem der läuft wer machte das der drei stunden hinter mir 45 30 läuft ich habe auch schon eine halbe stunde keinen mehr umgelegt hoch die hocken doch noch wir auch da oben links war gerade einer links unter dir ja 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 also draußen rechts oben hinter dir das ist ja alle vom roben die kamera spielen können wir alle tot sind ja das ist ein perdi guckt er die ganze zeit aus dem fenster kommt keiner stelle ich mich nur eine sekunde hin bin ich tot schiebt ist doch so schierter doch ich schieße immer nur nicht ein wo ich muss alter es gibt ja nicht lassen ja ne blöder wichser Aaaaaaaaaaah Sehr gut Der war doch tot, der war doch tot, der war doch tot Ok, der war nicht tot, aber der war tot Der ist tot, der hier in der Ecke hockt, da wird's ja geklappt Ja, explodiert auch mal, komisch, das Ding auf der ist nicht kurz stehen Wo sind die Gegners? Ich mach ja nicht, wenn er so leise ist, hier so ruhig Links oben von dir Robin, links oben auf dem Ding Links oben Ich schau Drohne raus Sehr gut, mein Freund Fakulo 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 Nein In dem Häuschen da von B, wo normalerweise B steht Ach nicht doch Welcher Idiot, ey Der hat aber direkt alles gekillt, ne? Ja, dieser MFC-Moppels-Idioter Alter Richtig Alter Haben wir glaube ich verloren Haben wir gewonnen? Werden jetzt bei den Gegner wär's ja Mal auf dich El Nino Ey guck mal dafür, dass ich am Anfang gar nichts getroffen habe Guck mal ein Rapper, der läuft auf der Stelle Moonwalk Moonwalk El Nino Ne, El Nino-Ini Das ist ein Unterschied, mein Freund So So, andere Lobby, oder? Wollen wir uns nochmal von denen zerhacken lassen? Ja Vor allem, die kriegen ja noch niemals die Lobby richtig voll Ja, das ist ja auch schon einmal Ne Robin, das ist voll romantisch, wir haben beide dieselbe Waffe Hattest du nicht diese Äh Ach doch, hast du auch Oh Ich hab noch niemals eine Kadettwaffe von der AK-12 Aber meine ist höher als deine, weil meine Gold ist Und deine ist einfach nur langweilig Schnell in den Klassen liegt doch Watch this Boah, krass Macht doch keinen Scheiß Habe ich ne Kiste, oder? Ja Ach Gott, jetzt kommt die Das sind die gleichen wieder Ja, ich glaube Ich bin wieder raus, schnell Okay Wachtel kurz Ja, ich guck mal, ich hab noch ne Kiste, was da so drin ist Wehe den Der macht die aber nicht auf Da hat sich irgendwas Elite-mäßiges verklemmt schon Zu viel drin Ja Da ist ne Fake-Kiste, glaube ich Da kommt gleich schon ein Clown rausgesprungen Oh ne, Kolonie NRW Sonderblöd Geil Ah 3-12 Clans sind das Der Paddy Dier, guck mal Aus Dirkhausen Ein Glück haben wir Kekos 58 Ja Die sind von 58 Die wussten damals noch im zweiten Weltkrieg Ja, ey Der könnte dann nämlich nicht hören muss Ey, diese Tanja ist so dumm, ey Das ist unfassbar Aber die dicke Titten Das ist ein Argument, bleibt an Auch wenn wir sie nicht sehen Wir hören sein Was soll ich da noch sagen Touché Touché Okay Okay Schnell und sauber agieren Es geht los Nein, 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 nein Ich brauch mal nen Aim-Bot Boah, wie schnell war der denn wieder Müssen wir jetzt hier wieder Leute abschießen, oder? Nee, ist oben Das ist ganz Du musst die umschubsen Äh, nein Du musst mit denen rangeln Rangel Oh geil Rangel, rangeln, rangeln Rangel Rangel, rangeln Rangel Links von dir, Robin Links von mir war doch ne Banner Ja, die hat ja auch geschossen, die Wand Ja, die hat ja auch geschossen, die Wand Ja, die hat ja auch geschossen, die Wand Patti Das Ekelhaft wird jetzt immer drin bleiben ohne T, ne? Warte mal ab Ekelhaft Deine Kinder, deine Kindeskinder, die werden dann so lernen Ja Papa wird Ekelhaft nicht mit T geschrieben? Nein, was, hast keine Ahnung, ne? Bist ja Erdbeckäse bist du doch Das heißt auch nicht Territorium, sondern Terrarium Terrarium Terrarium? Te, te, was steht da? Was sind die da vertan, ey? Die Buchstaben, ey Ja, genau Die kann ja gar nicht schreiben Also gekocht wird immer Friss, ne? Ja Außer für meine Kinder kann's schon mal aus der Dose sein Aha, jetzt zünden wir mal Wie lange noch geht das hier? Ja, wir haben Nadine, äh, ne? Angefangen drohe zu reden, also Bei dir läuft halt Ich hab hier wieder Laubwege gefunden Sponsored by Karl Harsch Ah, ich auch, Robin Der Andy Bam Oh, da hab ich jemanden Nein, Harry Hast du gesehen? Na, haut er den ja sicher Ich hätte grad die Ghost gehabt Sehr schön Tut mir wirklich leid Hast du gut hingekriegt, Alter Ja Das sollte ne Warnung sein Ich scheue nicht vor, ne? Opfer zu bringen Vor allen Dingen den ersten in unserem Team hast du umgebracht Ja, siehste Der muss ja auch mal ein bisschen runter gehen Achso Das war aber jetzt nicht gewollt, oh Ich hab mich erschrocken So ein klein bisschen Zwei Leute gucken mir in der Killcam zu und sagen mir nix, doch Da hat der Robin schon wieder, der rennt mir vor meiner Kniffte Gut, dass ich nicht geschießt hatte Ja Kekos hat mich abgeschossen Wer? Der Erste aus unserem Team Siehste? Da hat er extra gemacht Ja gut, okay, sorry nicht der Erste, der Beste Der war gut Bocke mit der Erde Bocke mit der Erde Daddy, ich seh dich Zipiii Da rechts in der Ecke Harry Dreckliche Scheißbock 7 Hm Boah, die Ghostcam, ey, die nimmt auch kein Ende hier, ne Hast du ihn gekriegt? Ja, sehr Ach, ich bang, alter Eine Drohne kommt Sehr schön Oh, jetzt sind's alle hier Ja, jetzt sind's alle da, die Regelung, der geht Dreckliche Scheißbock Heute aus unserer schönen Reihe Harald, Fick, Budapest Na Da hab ich da blöde Rolltäuer erschlagen, ey Echt? Ja Sehr geil Nee Du musst echt aufpassen, wenn du am Schießen bist, du bist auch einmal Jumpt dahin aus seinem Team Ja, soll ich's ja Weil ist nicht, äh, ne Na komm raus Da war einer Da war einer Ja, da war einer Da war einer Ja, Harry, rechts von dir ist gerade einer unten lange Wand Ja, hab ich gesehen Da hab ich Da hab ich Waaah Nein, hinter, hinter mich ist sie gekiemt Ja 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 Das ist gut So, mal gucken Das war jetzt Ja, ich dachte ich hätte den letzten, oh Mann ey Erstmal eine halbe Stunde daneben Schön, ob sie da ansteht Hässliche Waffe So, jetzt haben wir sechs, dann muss ich auch noch sechs Ich nehm jetzt mal ne andere Waffe Ich nehm jetzt mal ne andere Waffe Ne Waffe Ah Defender Ey, wie viele Teile gibt's eigentlich, eigentlich von dem Blutset, äh, äh, Set Weil ich hatte jetzt Was hatte ich? Schuhe, Handschuhe und Helm Knieschoner Ich glaub nur drei, ja Knieschoner, Schuhe, Handschuhe und Helm Vier Drei, richtig Ne Keine Schuhe? Doch Leute, Leute sofort quitten, das sind Franzosen Ja, ja, dann spielen wir jetzt gegen die Die Franzosen sind eigentlich immer Camper Le douilleur Le douilleur Genau, wir treffen uns in der Mitte Jeder kriegt einen Federhandschuhe und dann Plutsch Ich mag keine Franzosen, Harry Und die haben alle, die sehen schon aus wie Franzosen Warum sind wir denn denn raus? Ja, die wollten doch nicht Sind wir jetzt echt raus, weil wir als Franzosen waren? Ja, die zwei Mem da Ja Wie sind uns das denn? Ne, wir müssen uns da ein bisschen abgrenzen Kannst ja nicht jeden aus der Welt schießen Wir brauchen ja irgendwann nochmal Verbündete, meinst du? Ja, so wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber okay Genau so, ihr seid auf den Punkt gebracht Ah, super Nur gegen drei Echt, ist gut Verlieren wir Ja, ich auf jeden Fall Ich bin erstmal in den Talzen rein Reicht Was machst du denn? Ist er ekelhaft Was sind die denn? Sag mal Was ist hier wer? Puh, keine Ahnung Wir spielen beide gegen die Franzosen, die liegen und hocken da überall die Ja, die sind Franzosen Wie du hast gesagt, du hast eine Fußpilz-Sammlung zuhause Mh Hocken und dreimal obendrauf Jo, auf dem Dach Die Drecke Geil So, bis eben lief's noch gut Jetzt zack, 9 zu 19 Was? You are beautiful No matter what they say Guck mal, der Robin Der ist Hahaha No kills und viermal gestorben Läuft Fünfmal, bitte Fünfmal Wo hockt der denn? Die liegen überall nur Franzosen Ähm, rechts von dir Paddy, rechts von dir Genau da Okay Tschüss Ähm, Lobbywechsel Fragezeichen Weiß, jetzt habe ich gerade schön die Franzosen weggedrückt Und dann kommen die nächsten Franzosen noch Ihr wollt mich da verarschen Mh Vor allem, wir sind nur zu 4, ey Gegen 6 Ja, das ist ja gut Voll A, ey Nein, nein, nein Schlimmstes eigentlich Prinz Jeremy hat das Spiel verlassen Ich habe gesagt, ich will nicht die Party verlassen Lad mir ein Sehr geil Lad mich ein Lad mich ein Lad mich auf mein Handy ein Schön, dass du alleine gegangen bist Ich bin ja jetzt wieder zurückgegangen Ich bin ja jetzt wieder zurückgegangen Ich bin auch auf Ich bin ja wohl nicht wenn der Ding ist, oder? Ja Was war das? Die liegt da in so einem Bottich mit gefühlt 30 Schlangen, ey Das sind doch keine giftigen Robben Naja, aber Da werden normalerweise Schuhe rausgemacht Das macht die doch nur schöner Wir werden aber noch mit zwei Siege bei Hardcore Team Deathmatch angezeigt, da stimmt da wieder was nicht Ah, dann hast du wieder falsch gemacht Boah, ist das fies, ey Magst du sowas nicht? Magst du keine Die hat ungefähr 5 oder 6 Schlangen, die ihr gerade durchs Gesicht grauchen Jaja Die sollte mal ihre Nasenlöcher zumachen, die passen da rein Guck mal, guck mal Ja, das sind riesen Nasenlöcher, ey Die eine Schlange wollte jetzt gerade da rein Da ist warm, da gefällt es mich 14 Schlangen Die sind jetzt genau das gleiche Spielwieder wie vorhin, pass mal auf Ich glaube auch Habt ihr eigentlich auch COD Ghosts? Nicht für die 4, für die 3 Achso Ja Beat Petty wieder da Ja Ja, ich hab ja gerade die Arbeit besucht Wieso Herrschaft? Nein, das sind andere Herrschaft, ich hab nicht Herrschaft Ich fahr dort nicht Ich hab mich angemeldet Oh, das war ich Hups Herrschaftszeit Aber Aber Andi ist sehr gut gemacht Erstmal sichern Wir haben die Führung der Mannschaft Weißt du? Das ist schon im Kopf drin Typisch deutsch, ne? Erstmal meint sie alles Erstmal Handtuch hinschmeißen Wir haben die Kontrolle verloren Aber ist das Softcore oder Hardcore? Softcore, ne? Softcore bringt also gar nichts Kann direkt raus hier Richtig Wir haben auch Batman erschossen Und machen was bringt hier Na, ich hab die Drohne noch schnell gezündet Gott sei Dank Hast du gut gemacht Die freuen sich jetzt Meine Vorratslieferung geht nicht auf, die ist echt kaputt, ey Vielleicht hast du keinen Platz mehr im Inventar Vielleicht hast du keinen Platz mehr im Inventar Vielleicht hast du keinen Platz mehr im Inventar Nö, da zeig ich dir mit uns an So, was gibt's denn Neues in der Welt, in der Spielewelt Final Fantasy Resident Evils Final Fantasy Resident Evils Evils Final Fantasy 6 Ich muss gucken, am Montag krieg ich wieder Den Newsletter mit den neuesten Pornerscheinungen bei mir in der Videothek Guck mal was Gutes dabei ist Kannst du auch Vorschläge machen? Warte mal sehen Warte mal sehen Warte mal sehen Warte mal sehen Ja Affen von dem Mega Arsch 4 Aber Da ist die Gina Wald Karte hier Hardcore 32 zu 49 Da kommst du aber wieder in so ne scheiß Lobby rein hier Das ist auch kacke, ne Komm, die drehen wir jetzt, komm haben wir alle schon gemacht alle so an die jetzt kauft ihr mal hier die dings da die erweiterung braucht sie doch ja aber ich will nicht die ganze ich will für 15 euro das einzelne paket jetzt das wird doch hinterher alles sonst zu teuer wenn du dann die nächste wieder kauft und wie die nächste er weiß was ich für ghost ausgegeben habe ich idiot locker 140 euro war aber ich erst auch auch immer gesagt habe season pass brauche ich nicht dann so okay der nächste jahr hole ich mir auch wo ich mir auch ja dann ging das ab aber gewonnen ja weil die ironie unser freund ist die ironie der sponsor von dortmund da rechts oben auf dem dach jetzt da robin in diesem mittelgang der europäische rale aber merkst du was robin und badminton nun hier die spüren er muss nie denn Der muss ja echt ne halbe Stunde den einen hinterher rennen, damit du einen kriegst, ey. Der ist aus Tamunda. Wo sind die? Ich hab seit... Da sitzt einer. Boah, bist du ein kleines dreckiges Arschloch. Aber wir haben auch geholt, ne? Ja, weil die sich nicht mehr bewegen. Wir spielen gerade Search and Destroy. Nein! Ja, das schaffen wir. Wir müssen jetzt nicht mehr sterben. Paddy? Ja? Was? Was hab ich denn da von der Waffe? Ach, geil! Willi? Ja, hab ich auch. Sorry. Der war gut. Der saß aber auch so verdächtig, ey. Toll, eigene Mann wieder abgeschossen, ey. Boah, schlecht, ey. Boah, ist das schlecht. Oh Gott, der braucht ne Brille, der Typ. So, jetzt aber, Leute. Ich will keine Ausflüchte hören, okay? Ich hab das Gefühl, dass Hardcore nicht so unser Ding ist. Damals, bei den ersten Lands, war ich doch voll der Hunde. Aber das ist nur Headshots. Schicker haben sie mich genannt. Was ist das? Ein dreckiger Camper. Ein dreckiger Camper. Ein dreckiger Camper. Terrasse, Leute. Terrasse. Comeback. Terrasse, Mann. Gut, dann komm weg. Na, wenn der Clan-Guru das sagt. Der hört weg. Ihr könnt auf der Rasse klicken. Das zieht der gar nicht. Immer zweimal mehr als du. Hey, das ist ja mehr so ein Doofen. Ich bin der einzige Idiot, der auf Paris ist. Weiße, das Gute ist, ich nehme alles auf jetzt. Hab ich was vorgericht. Cybermobbing. Rechtisch.